Stell dir vor, du studierst in zwei Ländern und erhältst die Diplome zweier renommierter Universitäten. Du hast ein Rendezvous mit zwei Städten und sprichst zwei Sprachen, die dein Leben facettenreicher machen. Wir sind mehr als Nachbarn. Wir studieren gemeinsam und lernen voneinander. In den deutsch-französischen Studien beschäftigen wir uns mit Dichtern und Denkern zweier Nationen. Wir erforschen die Dynamik unserer Sprachen und vertiefen miteinander unsere Fremdsprachenkenntnisse. Wir nehmen die Perspektiven zweier Länder ein, die über die Jahrhunderte so eng miteinander verflochten sind. Dabei versinken wir nicht nur in Bücher, sondern tauchen hautnah in das vielfältige kulturelle Geschehen ein. Zwei Städte, für uns ganz nah. Voila, das sind Bonn und Paris. Grüne Großstadt am Rhein. Pulsierende Weltstadt am Essen. Wir sind d'accord mit beidem, schätzen den Charme und lieben den Flair. Wir tauschen uns aus, knüpfen internationale Kontakte und schließen Freundschaften fürs Leben. De Bonn à la Sorbonne.